Sie haben einen Sieg von 100 Punkten bekommen. Davor wurde nur ein einziger mit 99 Punkten ausgezeichnet, nämlich 2007, ein Rotwein aus Napa Valley. Und das, was sie Birgit Ihnen jetzt zeigt, ist eine von 36 Magnumflaschen. Sprich, Sie können eine größere Gesellschaft zu einer edelsten Weinverkostung einladen. 36 mal 1,5 Liter vom feinsten 99 Punkten Wein. Gespendet die Domäne Böckensdorf. Und bei uns zwei Thomas und Sabine Schacht. 2.300, 1.400, 1.400, 1.400, die Sprache, einfach den Arm umlassen. 1.400, 1.562, 1.500, 1.500, entschuldige, das ist Konto 62. Ah, okay, 1.500, Konto 63. Was ist 1.500, Konto 63? Der Wert, 1.600, okay, 1.600, 1.600, 1.600. Und greifen Sie zu seinen Wein mit 99 Punkten, den werden Sie sehr sehen. 1.800, 2.000, Konto 62. 2.000, Konto 62. Ein echter Weinkeller. Ich freue mich wirklich bei Konto 62. Er weiß wirklich, worum es geht. Wir sind bei 2.000, bei Konto 62. Und es wird doch hoffentlich noch irgendeinen Neiger unter Ihnen ergeben. Ich habe es mir gedacht. Wir sind bei 2.200, Konto 72. Eben falsch ein Keller. Konto 72 bei 2.200. Zuerst. 2.200 zum Zweiten. 2.400, Konto 62. 2.400. Er sollte ihn wirklich bekommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. nach 2.600, Konto 72. 2.600, Konto 72. 2.600, Konto 72. Zum Ersten. 2.600, 2.800, Konto 62. 2.800, Konto 62. Zum Ersten. Zum Zweiten. Und wir gehen einmal noch präsentieren. 2.800, Konto 62. Zum Dritten. Gratul. Zum Ersten. Zum Ersten.